In dieser Welt ist ein Mann alleine gar nichts. Und es gibt keine andere Welt, außer dieser. Ich hab ne andere Welt gesehen. Manchmal denke ich, das war bloß Einbildung. Falls ich zuerst sterbe, warte ich da auf dich. Auf der anderen Seite des dunklen Wassers. Warum sollte ich Angst haben zu sterben? Ich gehöre zu dir. Wir müssen über diesen Hügel da. Jetzt glauben Sie, wie viele Männer ihr wert ist. Wie viele leben. Wir können nirgendwo Schutz suchen. Außer in uns selbst. Los! Los! Ich habe einen Mann getötet. Das ist das Schlimmste, was man tun kann. Aber niemand wird mich dafür bestrafen. Es ist egal, wer du bist, was für eine Ausbildung du hast oder was für ein harter Kerl du bist. Wenn du zur falschen Zeit am falschen Ort bist, erwischt es dich. Ich will das jetzt angreifen mit jedem Mann, den sie haben. Sir, ich lebe seit zweieinhalb Jahren mit diesen Männern und ich werde ihnen nicht befehlen, in den Tod zu rennen. Vielleicht sind all diese Männer Teil einer gemeinsamen großen Seele. Alle Gesichter gehören dem selben Mann. Wie heißt du? Was glaubst du, was du hier ausrichten kannst? Ein einzelner Mann, mitten in dieser Hölle. Sie sind einfach zu weichherzig. Nicht abgebrüht genug. Ist schon mal jemand in ihren Armen gestorben, Sir? Wer hat dieses Feuer in uns entfacht? Weil ich dich habe, kann mir nichts passieren. Kein Schmerz. Kein Leid. Nicht einmal der Tod. Kein Leid. Kein Leid.